so okay ich sollte hoffentlich auf dem Jahr tue ich so gut dass ich nicht vergessen okay er zählt sie kann so und gar nicht weiß ich bin so haben im Kopf wir müssen ja nichts machen what hat er schon vor einer Hand drauf ach so das stimmt ja boah haben sie welch interessantes gefunden hm nein habe ich dich zu mir leider der coroner according an according to the hier ist nichts zählte die ich habe keine Ahnung der Döde Döde der Prozent im Land das ist wohl nicht gut dann haben das Haus läuft wer auch er bewegt sich so die Steuerung oder die bewegte und haben wir aus dem Ausblick und noch und schreit dann müssen wir in der Beckerstück bleiben oder wir müssen dahin aber die guten die Beckerstück dann er ist immer ein bisschen rum das sind wir schon für mich oder weniger und war und wenn nicht dann ist es halt da Schau, wir machen blöd auf. Weil ich habe keine Ahnung, was wir jetzt genau machen müssen. Weil es einfach so ist. Hier gibt es ja auch nichts Interessantes. Ja, okay. Warum hat es mir gerade nicht angezeigt? Ja, okay, ich bin... Wollen wir Eis? Wenn ich den Knapp ausfüllen, dann muss ich den Knapp ausfüllen. Wasser in die Molde. Ice, Salz, und dann die Mixing. Es sollte die Elemente sein. Wir müssen minus 20 Grad Celsius um die Wasser in die Molde zu vollen. Before beginnig, ich muss, dass ich genug Ice und Salz für nicht mehr als vier Attempts. Eis, Salz. 20 Grad muss ich. Ein Block von Eis. Ich habe nur meinen Eispick benutzt. Eis. Hey, schau. Die Temperatur ist reduziert. Ein Block von Eis. Ein Block von Eis. Fuck, Alter! Eis. Ich hoffe, das ist so egal, wenn's... ist das nicht zu mir übrig. Ah, mit Er kann man zurücksetzen. Ja, okay, ich hab verkauft. Wir können es nicht richtig machen. Wir können es ausführen. und Sie werden zu zerstören mit dem Zeitpunkt. Eeeeee... Ice, salt, before beginning I must I think Oh look 1, 2, 3, 4, 5 Das darf nicht hochsinken Sonst hab ich ja kackt 1, 2, 3, 4, 5 So Salt, aber jetzt Okay, geschafft, hoffe ich mal Wer Ah, danke Das war jetzt extremshalter, schwer, alter Und dann, wenn man es nicht richtig verstanden hat Sieht schon mal schön aus Okay, der Schatten liegt Lekt Lekt Now I can proceed further The mould is hot I should wait for it to cool down Done Now I can proceed further Wieso bist du das Gefühl, es gibt zwei Täter? We have created a knife With the silver that we found It could have been used to kill Sir Rodney It was extremely clever to create a weapon that could dissolve at the scene of the crime Ich denke, es gibt zwei Mörder Das denke ich Und da ist, also wahrscheinlich die Experimente, du, äh, Eisbolch, Japan, ja Ja Eiswaffen wurde zu verheirgergestellt Ich denke, es gibt zwei Oh, das war jetzt nicht schätze Ähm Im Kulm So Der Täter versteckte die Tatswaffe im Dampfraum Danach legt er sich da Und schlöne Ergebnis geschmolzene Silber Und schlöne jetzt was zu machen von mir jetzt in die Therme der Mittwochland befindet sich in der jetzt gehe ich noch mal kurz in die Therme dann gehe ich wieder dann gehe ich zusammen irgendwas danach zu den Tätern ich denke ob es nur zwei Täter das würde ich jetzt mal so behaupten aber ob es so ist ich bin mir nicht sicher aber ich glaube es ist diesmal sogar zwei Täter wenn es zu außer steht es gibt ja zwei Möglichkeiten werden wir aber gleich sehen ob ich das jetzt auswink halt da macht der Japan ja auch extrem viel Sinn und wir können ja das immer noch nicht wir konnten das ja noch auch nicht auswählen und es ist es immer noch so das ist doch mit dem Stimo ein mann eben zu sieben ist die Saison jetzt kann jetzt ich verstehe es nicht tut mir leid ich werde wahrscheinlich nicht alle hinweise finden wenn irgendwas damit zu tun hat weil es ist mir etwas soll ich schon großartiges machen wird mir angezeigt bringt mir aber nichts weil ich damit nichts anfangen kann es ist doof oder 情況 die 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 der aber was ich jetzt machen soll ich habe auch keine ahnung er hat auch keine antwortungen das ist ja auch doof ich habe keine ahnung ob ich hier was machen soll werde ich aber wohl gleich sehen wenn ich das auswählen tue oder was war das das konnte ich auswählen jeder archäologe wird früher oder später diese zahlen kommen und ein zweiter mein deutsch war richtig schön und das gewesen ich wahrscheinlich ich dann mal auswählen zack okay das ein guter können wir können die auch was aussehen nein ich weiß aber nicht mehr was 3 die haben stabile haken die aufbaustellen verwendet werden und vier göttzer wuuh Brüsch da das würde auch erinnern ähm ja flach ok und ein Stier das kommt jetzt mal geht es an aber hier ist es zu laut und ich glaube uns fehlt noch etwas uns fehlen glaube ich noch ein paar Sachen aber hier sind wir das kann ich aber noch nicht auswählen warum nicht fehlt uns noch etwas oder was das ist das ist das ist das ist wenn es wenn es nichts gibt es es ist es ist es ist es 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 ist es Kann man da raus? Also... Man weiß ja nicht, man muss auch gucken. Nein, ich denke nicht, dass ich da jetzt hin muss. Zum... zu der Therme. Das wäre... logisch. Was soll ich da schon anstellen? Was machen? Tun. Aber... Sonst sehe ich hier auch nichts. Dass man hier was machen muss. Würde aber Sinn machen. Vielleicht müssen wir das verbinden und dann da hochwerfen. Weil hier... Neptun... Der sagt nichts. Wohl oder übel muss ich das machen. Ich... ich... ich weiß, dass es tut mir leid. Wir probieren es jetzt mal einfach aus. Wenn nicht, dann... Habe ich keine Ahnung. Ey, schon 17 Minuten. Es geht viel zu schnell, dieser Karte. Der Karte hat etwas schnell. Oh, nee. Das ist... Hm, das ist doch. Ach Gott, ich spiele das so schön. Aber man muss sich hier sehr, sehr viel anbringen. Und überlegen, was man machen muss, weil ja... Wenn man unbedingt alle Täter haben will, muss man auch Opfer bringen. Halt sehr lange warten, suchen. Ja, nachdenken. Aber ich bedenke eher weniger, dass wir hier müssen. Es kann aber sein, dass wir damit irgendwas machen müssen. Und der Holmes sagt uns aber nichts, wohin wir müssen. Das ist ja das Tor. Also... Und hier hätten wir ruhig halt nochmal so... Auf der Karte... Nicht zwar auf der Karte, aber halt irgendwie anders da... Was müssen wir nächstes machen, Holmes? Auf Dings da achten... Wie lang gehen... Ich denke, wir sind weniger. Hier müssen wir doch weiter kommen. Und dann gibt es wahrscheinlich irgendeinen Geheimweg. für was haben wir jetzt das seil und das haken mit der abholen können wir auch nichts machen ich versteh es nicht es wird mich gerade echt gerade überfordern hier gibt es ja auch nicht ich hätte echt gemacht dachte dass wir hier Leute schatten die Schatten sind komischer dass wir irgendwas hier machen also müssen wir doch da irgendwas machen ich gehe noch mal kurz zu scotland scotland ja und redet kurzen mit den drei ob wir reden können einfach nur kurz so hier können wir auch nichts machen oder also was ich hier schon mal so sagen kann für mich ist der was das für mich der schönste fall ist das gewesen der erste war ja der warte ich muss überlegen was da noch mal der erste das ist es sei dass man da hinkommt was für mich wo ich hab vergessen was da noch mal der hast du der erste fall war das mit mit der abhune mit der abhune der war schön aber eben bisschen kurz und man muss nicht viel so überlegen wie hier aber ein sehr schöner fall ich muss nur sagen dafür konnte man halt test machen was man das hier nicht der so der fall ist der zweite war es mit dem zug da muss mit zusammenbauen das war eigentlich das wichtigste und hier muss man glaube ich viel herumlaufen und bauteile war für mich in dieser fall ist lang halt nicht lang halt schwer wenn man alles haben will oder versuchen zu machen ist der bis jetzt der schönste oder einer der schönsten würde ich so sagen der beste fall ich habe keine ahnung wir lesen mal wer hat seine drücken der mit rastempel den Händen sehen Brücken Pfeiler im Fluss könnte der ich bin so ein Idiot n n n da haben wir ja die Lösung ich bin doch so abläuft kommt ich sollte mir auch glaube ich die Dingsda Missionsziele an aber jetzt würde ich sagen ich bin diesen Part so lange es lädt und dann sehen wir uns gleich wieder